Kiwi ist völlig verwirrt. Da gab es so viele Regeln und er weiß jetzt gar nicht mehr so genau, welche Regeln er bei ganzen Zahlen anwenden soll. Wenn es dir genauso geht, dann schau dir dieses Video genauer an, rechne mit, nimm ein Blatt Papier, dann kannst du vielleicht diese ganzen Regeln besser auseinanderhalten. Wir wollen uns in diesem Video die Poklaps-Regel anschauen. Poklaps, das war ja Potenz vor Klammer, vor Punkt, vor Strich. Ich werde immer dann zu dieser Rechnung auch die Regeln sagen, damit ihr wisst, wann muss ich was anwenden. Gut, wir schauen uns gleich mal rein. Hier steht eine Potenz. Potenz vor Klammer, vor Punkt, vor Strich. Ich kümmere mich also um die Potenz zuerst. Das heißt, die Potenzregel lautet, 2 hoch 3 ist 2 mal 2 mal 2. Das wiederum ist 4 mal 2 und das wiederum ergibt 8. Also kann ich in der nächsten Zeile die 2 hoch 3 durch eine 8 austauschen. Ich habe das jetzt hier mal grün markiert, dass ihr seht, alles andere ist gleich geblieben. Nur die 2 hoch 3 habe ich ausgetauscht. Nun gehe ich die Poklaps-Regel weiter. Gibt es noch Potenzen? Nein. Also schaue ich mir an, gibt es Klammern? Ja. Und zwar hier im Zentrum. Also rechne ich das, was in der Klammer ist, zuerst aus. Die Regel lautet, ich denke mir hier ein plus 8, plus 8 minus 17. Ich habe also weniger Guthaben, als ich Schulden habe. Und daher ist das Ergebnis Schulden. Übrigens ziehe ich dann von der betragsmäßig größeren Zahl die betragsmäßig kleinere Zahl ab. 17 minus 8 war dann 9. Ja, anschließend weiß ich jetzt, hier kommt innen drinnen minus 9 raus. Ich habe immer aber noch die Klammer dort stehen. Vor der Klammer war ein Minus gestanden. Da hatten wir mal die Regel, wenn vor der Klammer ein Minus steht und in der Klammer auch ein Minus steht, dann wird das insgesamt zu plus. Die Regel war, vor der Klammer und in der Klammer gleiche Zeichen wird zu plus. Verschiedene Zeichen würden übrigens zu minus werden. Deswegen wird in der nächsten Zeile hier ein plus 9 entstehen, denn minus minus 9 wird zu plus 9. Jetzt haben wir schon ganz schön viel geschafft. Jetzt schaue ich nochmal nach, gibt es noch Klammern? Naja, so richtige Klammern gibt es nicht mehr. Es gibt nur Punkt- und Strichrechnungen. Und deswegen schaue ich mir jetzt die Punktrechnungen an. Die da vorne ist einfach, 2 mal 3, da braucht man nicht weiter drüber nachdenken. Aber bei der sollten wir genauer hinschauen. Hier steht nämlich, eine positive Zahl wird durch eine negative Zahl dividiert. Hier gelten übrigens die gleichen Regeln wie hier auch. Wenn die erste Zahl positiv, die zweite negativ ist, dann wird beim Dividieren daraus Minus. Also zwei verschiedene Zeichen werden zu Minus. Zwei gleiche Zeichen würden übrigens zu Plus werden, wie auch bei diesem Klammern auflösen. Und deswegen wird hier rauskommen, minus 81. Okay, und jetzt in diesem Teil haben wir nur noch Strichrechnungen. Also das heißt Addition und Subtraktion. Und das heißt, wir können uns erstmal hier vorne konzentrieren, von links nach rechts gerechnet. 6 plus 9, das heißt also plus 6 plus 9, zwei gleiche Vorzeichen. Das heißt, ich kann die Beträge einfach zusammenaddieren. Es kommt 15 raus. Gut, das habe ich jetzt mal hier hingeschrieben. Und anschließend sehe ich, ich habe 15 Euro Guthaben und 81 Euro Schulden. Das heißt, ich habe viel mehr Schulden, als ich Guthaben habe. Das Vorzeichen wird also schon mal negativ. Und dann ziehe ich von 81, 15 ab, um auf die 66 zu kommen. Das Ergebnis ist also daher minus 66. Das Ergebnis ist auch nicht so gut. 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 Bis zum nächsten Mal.